Im heutigen Video muss ich nichts anderes machen, außer nur Minecraft durchspielen. Seid ihr euch solche Minecraft-Challenges in Anführungszeichen gefallen, lasst einen Like da und abonniert den Kanal und es hat auch viel Spaß mit dem Video. Leute, ich habe jetzt mal kurz, heute müssen wir eigentlich nur Minecraft durchspielen, mehr müssen wir heute eigentlich gar nicht und ich würde sagen, ich vergrübe mich einfach mal Standard. Leute, unser erstes Eisen und ich würde sagen, aus dem ersten Eisen machen wir unser Schild und es sieht so gut aus mit meinem Cape. Ey, ich finde es so gut gelungen. Nein. Verdammt, ich bin gestorben. Oh nee. Und zweiter Tshui? Ich würde sagen, wir haben es jetzt wieder neue Gruppen und diesmal die Offensive. Ähm. Ich glaube, neue XP-Farben. Ich habe wirklich das Gefühl, der One wird nichts mehr. Aber diesmal versuche ich meine Items zurückzubringen. Es war nämlich eigentlich eine Patronen. Und Leute, ich habe meine Items wieder. Ja! Und Leute, ich würde sagen, von den ersten Eisen mache ich mir erstmal ein Schild und schaut mal, wie geil das zu meinem Cape aussieht. Also, das ist eine 1 mit Sternchen, finde ich. Okay, und dann würde ich jetzt nichts sagen, was machen wir jetzt nicht? Das ist ein Wassereimer. Das ist ganz wichtig, dass wir auch um den Schild machen, dass wir nicht mehr in Fallschaden sterben. Und dann würde ich sagen, dass wir langsam sind, wenn wir dann fertig entguckt. Auch hier in der Situation sieht man auch mal, wie gut eigentlich ist eigentlich ein bisschen Wassereimer. Dann kann ich noch diese Piesel, die zur Hobbys und den Kuiper durchschlagen, ohne Schaden zu bekommen. Das bedeutet sicher, wenn ich auch noch mal gegen Angriffe. Bam, 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 bam. Ja, Leute, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, ist mein Minecraft Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt wiederum etwas kürzer, aber naja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.